Was die Karte ist, was ich eigentlich hier suchen kann? Ewig! Ach, dachte... Oh, der Medipack. Weißt du, damals stand mir so... Ja, Medipack, ja! Was ist jetzt? Nein, ein Medipack. Aber hier kommt mir schon ein Kranke, oder? Und hier kann man hochgehen. Konnt man, jetzt kann man hier... Ne, ich ahne was, ich ahne was. Wenn ich die Ketten ziehe, geht das ganze Wasser hier aus dem Ozean raus. Und ich kann dann... ...so was weitermachen. Bisschen übertrieben für einen... ...Pistole, Klassiker. Kommt hoch! Oh! Hopp! Da kann ich nicht hoch, da kann ich jetzt runter. Ja, hoch, ne? Nein, 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 nein. Du bleibst schön oben. Äh, nein, nein! Habt ihr wenigstens Wasser fallen können? Ernsthaft? Nein! Ey, ganz ruhig, die Sauerstoffanzeige kann nicht runtergehen, weil ich einen Schnorchel aufhabe. Äh, nee, kein Schnorcheln. Ah, Schnorcheln. Im Ozean schnorcheln. Äh, tief und... ...Logik. Ich auch meine Logik. Ich meine, puh. Chuck Norris kann bestimmt mit dem Schnorchel unter Wasser tauchen, das für eine Stunde lang... ...ohne Wasser... ...Äh, Wasser zu... ...ohne Wasser zu holen. Nein, 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 da bleibst du noch schön oben. Mh... ...Mir ist egal, ich seh aber, was hab ich hier... ...Huah, jetzt kommt ein Krake. Doch nicht. Warte, kannst du einfach hier so runterspringen? Nö, 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 wir springen hier nicht runter, nein, das tun wir nicht. Du kannst wieder zurückspringen, wenn du willst. Oh, ich bin ein Idiot. Erstmal mit Stürk und jetzt mit der Leertaste, ich kann dich einfach nicht entscheiden. Huah. Nein. Du hast da rein, dann schwimmen. Genau. Ja, wir haben jetzt einen Stein mehr. Was ist das? Medipack. Wir haben das doch schon aufgehoben. Ey, es werden immer mehr Heile, kann es sein? Vielleicht multiplizieren sie sich ja exponentiell. Auf Deutsch, wenn du zwei hast, dann sind nach fünf Minuten vier Stück, nach weiteren fünf Minuten hast du schon acht. Man nennt es auch eine Biologie. Die Reproduktion der DNA. Ob ich mal, wenn ich falsch stehe, korrigiert mich, aber er will das schon. Wir könnten ruhig wieder... Ah, nein, 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 nein. Ich habe das Gefühl, ich bin hier irgendwo vorbei. Ah, nein, warte. Das sind zwei Steinplatten. Ich bin wieder voller... Hurra! Ein weiterer Stein. No, dann scheint ich mich nicht brauchen kann, aber... Wer ist da? Hätte ich die Steinplatten hier nicht so gesehen, hätte ich mir gedacht, schwimmen wir dran nicht hin. Schwimmen wir dran nicht hin, ja. Ah, muss mal husten. Das ist ja bestimmt, dass Ostern bei den Norddeutschen und bei den Norddeutschen. Nein, komm, 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 komm. Nö, nö, nö. Ach, wieder unnötiger Stein. Mit runden Verzierungen drauf. Aber ist mir scheißegal. Ah, dann sind wir wieder so weit leer. Aber nein, das ist es. Dann sind wir wieder bei dem die Wurden begangen. Nein. Hoffentlich nicht. Also, ich müsste weiter hoch. Aber es geht nicht weiter hoch. Es geht weiter runter. Warte, ich will mal zurück. Weil hier... Warte, wie viel Stein habe ich jetzt? Zwei gefunden. Drei Minuten. Äh, ist hier noch was? Nein, da. Nein, runter. Ich meine nicht Neudeutsche. Ich meinte eigentlich so die Nordeuropäische Kult... Ach, komm, ich rede gerade nur scheiße. Ich stelle mir gerade vor, wie alle Norddeutschen Leute und alle Nordeuropäische Menschen sich das gerade anschauen, denken sich, what, wie kann ich das nur fagen? Oh, nein, ihr Haie wieder. Da sage ich jetzt schon mal... Ja. Beleid, ich darf zurück. Wenn ihr euch diskriminiert, oder beleidigt, ich will... Ist das etwa ein Loch? Nein, das ist nicht schon. Vielleicht ist er ja oben auf dem Ding drauf. Jetzt fehlt da eine Stein und was ist. Das ist okay. Ich meine, ich kann hier gleich noch drücken gucken, aber... Schwumm leuchtet rot. Und du auch. Yeah, es leuchtet rot. Nein, ich kann hier noch nicht etwas rein. Nicht hin. Kannst du jetzt schon etwas tun? Na gut. Doch. Ne, ist... Ja. Ich habe mir nach... Vielleicht zieht da schon mal das Einring. Ja, ich weiß. Ich habe aber nur einen Stein. Komm, wir sind mal dreißen und versuchen etwas aus. So. Wieder aus dem imaginären Rucksack. Boah. Zwei Steine mitgeschleppt. Also ich meine, wenn... Wenn es so einen Rucksack gäbe, ja... Ich meine, jeder... Flugpassagier würde sich so einen Rucksack holen, weil du da enorm viel reinpowern kannst. Und... Nein, das ist auch so eine Klinik. Äh, ich bin so drauf. Ich bin so drauf. Ich bin so drauf. Ich bin so richtig. Hi. Und eine Gasse voller Enttäuschung. So. Ich dachte, wir sind schon wieder hier. Aber wir... Ah, nein, nein, nein. Was ist das? Ach, wegen dem Lichter-Grafum ist es heller geworden. Ah. Einen Menschen und einen Hai... Was heißt das? Einen Menschen und einen Hai. Einen Menschen und einen Hai kann dieser Hammer mit einem Schlag töten. Aber eine Vase nicht. Da ist er wieder überfordert. Was ich hier hasse, ist, du kannst hier... Wenn du hier dran hängst, nicht gucken, wo du demnächst hingehst. Wo du unterwegs sein wirst. Es ist einfach nicht möglich, so. Was mich enorm abfuckt. Also tierisch. Nein. Komm. Alter, hoch. Ja, sonst kann... Boah. Und da kannst du dich nicht hochspringen. Was ist das denn für eine Scheiße? Auf einmal machst du das aber noch richtig. Na, ich wollte schon... Ich war irgendwie Gedanken wieder... Was drückst du jetzt mit deiner linken Hand? Stürk oder Leertaste? Ich guck ja nicht hin. Ich bin ja... Ich bin ja Profispieler. Klar. Merkt man an deinen tollen Fähigkeiten. Nein, du sollst... Wie vor... Ja. Nein. Nein. Du sollst einfach da rüber. Nein. Halt dich um Gottes willen da fest. Jetzt müssen wir nexten. Alter, die ist schon wieder kaputt. Oh, wie konnte das so passieren? Oh, die sind kaputt. Boah, ich bin überrascht. Und wenn irgend so ein Typ ist, hat einfach den Stein da oben hingetan. Irgendwie da hochgekommen. Jo. Nein, du sollst... Ich weiß immer noch, ob ich auf den Moment, wo ich auf irgendwas schieße und es passiert etwas. Komm. Ah, ich sehe ihn da. Ich kann einfach wieder runterspringen. Ich würde ja beinahe sagen, mach mal, ne? Aber... Das wäre ja schon... Einfach so ins Wasser, weißt du? Ich sehe nur die Lichtspiegel. Ich will einfach nicht jetzt runterspringen. Ich... Ne, komm, hör auf. Ich mach keinen Scheiß. Nein, du sollst... Ja, komm. Nein, du sollst dich bewegen. In die Richtung. Jetzt springt sie da hin. So, das haben wir uns fest. Alles der Reihe nach... Nein! Nein, du hast den Stein. Nein, 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 nein. Ja, Gott sei Dank. Sprengt von 20 Metern Höhe, springt an der Felswand, hält sich da fest, aber das kann sie nicht.